Also ich denke, die Kritik ist irgendwo berechtigt. Also es hat was, aber auf der anderen Seite finde ich das auch sehr spielerisch. Weil ich nicht so gut informiert bin, habe ich jetzt auch spielerisch reagiert, habe ganz intuitiv diese Seite geöffnet und mich dann schlussendlich für diese Person entschieden. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die weiterkommt und ich werde sie natürlich verfolgen. Also das ist klar. Weil heute ist halt einfach die Welt ganz anders und das gehört irgendwie zum Spiel unserer Gesellschaft. Und das finde ich einfach, ja, wir Künstler sollten dann halt auch mitmachen. Neugierig? Ja, irgendwie ja. Ja, irgendwie sollten wir. Also es ist halt immer so beides, weißt du. Man kann sich ja auch ganz rausnehmen oder man kann auch sagen, okay, ich steige ein. Also ich persönlich würde mich jetzt da rausnehmen, aber ich kann die andere Seite gut absehen. Also es ist so, vielleicht gut schweizerisch Kompromiss oder was weiss ich. Ja.